Der Weg ist noch mitgebracht, den alten Torbogen aus Verlauter. Ein ganz richtiges Weg ist. Sie haben es gebaut in vielen Stunden. Und Sie wollen damit auch zeigen, lieber Josef, den Herren Politikern auf dieser Seite, man will dieses Gebäude auch in Zukunft nutzen, um das Heimatmuseum für Verlautern anzunehmen. Und dafür, meine Herren, die Oberbürgermeister, Herr Freiglörder, Herr Bürgermeister, guckt euch das Gebäude an. Da wollen die Verlauternereien nicht da rein, sondern natürlich ins Original. Und der Oberbürgermeister hat gerade genickt, Josef, den Kampstadt als Zustimmung nehmen. Wenn Politiker nicken sollten, was sie sofort beim Morgen geben. Auf Platz 2, meine Damen und Herren, liebe Freunde, der Stadtteil, Michael, Herr Laufsahal, Rückensteiner, Heimatmuseum. Und der Oberbürgermeister, Herr Laufsahal, Rückensteiner, Heimatmuseum. Und der Oberbürgermeister, Herr Laufsahal, Rückensteiner, Heimatmuseum. Vielen Dank.